Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Nummer 12.537 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Jan ist mit seinem Papa im Höhenflug. Nichts kann ihn mehr bremsen. Jan ist mit seinem Papa im Höhenflug. Nichts kann ihn mehr bremsen. Welche Bedeutung haben Fremdsprachen in der heutigen Bildung? Welche Bedeutung haben Fremdsprachen in der heutigen Bildung? Welche Bedeutung haben Fremdsprachen in der heutigen Bildung? Bei einem Lesewettbewerb in der Stadtbücherei hat meine Tochter den ersten Platz belegt. Bei einem Lesewettbewerb in der Stadtbücherei hat meine Tochter den ersten Platz belegt. Sind Sie damit einverstanden, dass ich Ihren Computer fernwarten darf? Bitte schließen Sie zunächst alle Anwendungen. Sind Sie damit einverstanden, dass ich Ihren Computer fernwarten darf? Bitte schließen Sie zunächst alle Anwendungen. Ich bin die Leiterin eines Teams von zehn Mitarbeitern. Durch das Gel wird es jetzt ein wenig kalt. Energieausweise helfen bei der Entscheidung, welche energetischen Sanierungsmaßnahmen, durchgeführt werden sollen. Energieausweise helfen bei der Entscheidung, welche energetischen Sanierungsmaßnahmen durchgeführt werden sollen. Energieausweise helfen bei der Entscheidung, welche energetischen Sanierungsmaßnahmen durchgeführt werden sollen. Untertitelung des ZDF, 2020